Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Teil unserer kleinen Schiffsserie. Und jetzt geht es langsam so ein bisschen ans Eingemachte, denn wir haben das erste Level 28 Fraktionsschiff und da wird es dann doch etwas spannender. Bevor ich aber über die Bortas rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, auch meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn neues Video rauskommt. Die Bortas hat ja ein sehr bekanntes Design, wobei man sie relativ leicht mit der Ketinga verwechseln kann, die später kommt und das ist dann schon eine etwas andere Welt auch vom Bums, aber nichtsdestotrotz nettes Schiffchen. Die Bortas ist ein Kampfschiff, das heißt, wenn du mein Video zu dem sogenannten Kampfdreieck gesehen hast, stark gegen Forschungsschiffe, schwach gegen Abfangjäger und sie hat auch eine Schiffsfähigkeit, nämlich die Rache. Bei der Verteidigung der Stationen erhöht die Bortas den Schaden aller anderen Schiffe und Verteidigungsplattformen um 10%. Das heißt, bei unendlichen Einfällen, die wir diese Woche auch wieder hatten, ist das natürlich auch nicht schlecht, die Bortas auf der Station zu haben, weil es halt einen Push gibt für die anderen Schiffe und auch für die Stationen selbst in der Verteidigung gegen andere Spieler, die dann angreifen. Ansonsten aber auch ein sehr nettes Schiff im Spiel selbst, denn wenn du mein Video schon zu Vaglas und Kumari gesehen hast, aber auch bei Mayflower, Saladin und Co., dann weißt du, dass die Bortas eben auf dem Schiffslevel ist, wo ich sage, das sind die Schiffe, die man wirklich bis zum Maximum upleveln sollte. Denn die Bortas ist halt dein Schiff sozusagen, wenn du dich für die Klingonen als erstes entschieden hast, dass du dann einsetzen wirst, bis du dein erstes episches Schiff hast oder einsetzen solltest. Denn die Bortas kann dich, wenn du dich an diesen Ratschlag hältst, wirklich weit durch das Spiel bringen, bis du dein erstes episches Schiff dann eben bekommen hast. Wenn du die Bortas bauen willst, das war eben auch der Grund, wo ich gesagt habe, mach nicht so viel mit der Kumari, mach es lieber mit der Vaglas, weil die Kumari ist auch ein Kampfschiff und du brauchst das gleiche Material hier, denn auch die Bortas ist nur ein ungewöhnliches Drei-Sterne-Schiff und eben schon auf Schiffswerflevel 28 zu haben und wirklich, wirklich eins der wichtigen Schiffe in den 20er-Level sowieso, aber auch bis in die 30er-Level hinein wirst du sie brauchen, bis du dein erstes episches Schiff hast. Und deswegen, wenn du die Klingonen nimmst als erste Fraktion und landest du ja bei der Bortas und wenn du das Schiff dann hast, upgraden, 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 dann kannst du richtig viel mit dem Schiff machen, bis du später bei den epischen Schiffen dann an der Reihe bist. Sie hat auch noch zwei Fähigkeiten, nämlich einmal die Schiffstarnung, die habe ich jetzt nicht für die Bortas, weil ich nicht mit den Klingonen angefangen habe, sondern mit den Romulanern, aber die kannst du für die Bortas auch freischalten und den unerbittlichen Angriff, der wird für die Bortas freigeschaltet über die Waffenkammer, automatisch einfach durchs Upgraden der Waffenkammer und das sind zwei Fähigkeiten, die eben dann die Bortas auch hat. Und die Bortas zu bekommen, das geht über mehrere Wege. Einmal gibt es eine Mission, ich habe sie jetzt auf Englisch gespielt, da ist sie deeper, also auf Deutsch wahrscheinlich tiefer. Da kriegst du ein paar Teile für die Bortas. Dann gibt es natürlich die ganz übliche Quelle über den Klingonischen Fraktionsshop. Natürlich haben wir hier wieder mit dem Ruf zu tun. Du musst natürlich die Klingonen als deine erste Fraktion haben, die du abbaust, um dann hier die Bortas Pläne kaufen zu können. Dafür brauchst du dann 200 Klingonische Credits pro Bauplan. Also aus meiner Sicht, was die Schiffe bei mir jetzt kosten, ein sehr günstiges Angebot, weil du brauchst 20.000 Credits für eine Bortas, weil du brauchst 200 pro Stück für 100 Baupläne. Aber das ist nicht die einzige Fragequelle. Es gibt dann auch noch die Außenteams und da sind die Außenteams, da wollte ich aber gar nicht hin, sondern im Allianz-Shop ist ja auch noch ein Außenteam-Shop. Und hier gibt es ja, wenn du das Level an Schiffs werft und den Ruf hast für die entsprechende Fraktion, gibt es dann auch nochmal Teile für die Schiffe. Und hier, da ist die Kitinga, deswegen sagte ich vorhin, die kann man leicht verwechseln. Aber da ist dann auch die Bortas. Da kannst du dann für 1150 von diesen Away-Team-Credits dann auch ein Bortas-Teil bekommen. Und so hast du dann die Möglichkeit auch noch. Und zusätzlich, wobei das jetzt wahrscheinlich weniger passiert, wenn du am Anfang die Klingonen als erste Fraktion hast, dann macht das wenig Sinn. Aber du kannst noch Bortas-Teile bekommen, wenn du Klingonische Feinde abschießt, Level 29 bis 46. Dann hast du auch die Chance, dass du in den Beutekisten dann auch noch Baupläne für die Bortas findest. Macht aber wenig Sinn, wenn du jetzt die Klingonen als Fraktion hast, wie gesagt, weil Klingonen abzuschießen, da geht dir wieder Ruf flöten. Das ist ja etwas, was du dann eigentlich eher nicht möchtest. Aber der Fraktionsshop und der Außenteamshop sind dann zwei gute Quellen dafür. Außenteam weniger, weil Credits sammelt man schwerer. Aber der Fraktionsshop ist deine Hauptquelle und die Außenteams können die ein oder andere, den ein oder anderen Bauplan nochmal dazugeben. So als kleine Unterstützung. Aber wie gesagt, wenn du dich für die Klingonen entschieden hast, als erstes ist die Bortas dann wirklich dein Schiff. Sie hat einen kleinen Nachteil, aber da gewöhnt man sich dran und ist auf dem Level jetzt auch noch nicht so kritisch. Die ist halt eine lahme Ente. Es ist ein Kampfschiff und nicht das schnellste Schiff bei Impulsgeschwindigkeit. Warpgeschwindigkeit jetzt auch nicht, aber da ist es noch nicht so schlimm. Aber Impulsgeschwindigkeit wird dir manchmal auf die Nerven gehen. Das war bei meiner Katinga später dann, aber auch nicht anders. Kann man mit leben, ist aber ansonsten ein sehr schönes Schiff, hat Durchschlagskraft und eben natürlich auch die Fähigkeit bei der Verteidigung der Station. Das schadet dann auch nicht. Ich möchte natürlich auch von dir wissen, bist du gerade zum Beispiel in der Situation, dass du mit den Klingonen angefangen hast als Fraktion und jetzt an der Bortas arbeitest? Immer gerne in die Kommentare. Aber auch deine Erfahrungen mit der Bortas, wenn du sie hattest oder schon hast. Kann ja sein, dass du sie jetzt einsetzt oder früher eingesetzt hast. Andere Erfahrungen sind immer sehr wichtig bei diesen Videos. Bitte auch in die Kommentare, damit gerade die neuen Spieler so viel Einblick in das Spiel wie möglich bekommen. Und wenn du ansonsten allgemeine Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und ansonsten, wenn du jetzt noch ein Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.